Hallo, kannst du mir mal helfen, bitte? Hallo, ich wollte mal fragen, was kostet ein Cheeseburger? 1 Euro. Und ne kleine Pommes? Auch 1 Euro. Und ne Apfeltasche? 1 Euro. Und einmal fickeln? Alles 1 Euro. Alles 1 Euro. Dann nehm ich einmal fickeln, bitte. Ja, ich hab eh grad Feierabend. Dann lass uns. Hervorragend. Super. Okay.